Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute ist der dritte Advent! Nee, der dritte Dezember! Ich sag immer Advent! Ja, so schnell geht's nicht! Nuh-uh. Und jetzt suche ich mal die drei Älter. Ja, dann such mal. Was? Das geht viel zu schnell dieses Jahr, weißt du das? Mhm. So. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam! Bitte! Schneid noch mal da den Silbernen. Jo, läuft bei dir, ne? Und aus! Ich denk, dass es irgendwas mit der CD geht. Meinst du? Mhm. Also ich glaub, da sind Gummibärchen drin. Nee, nee. Das hört man ja. Kannst schon was sehen? Ja. Eine neue! Schnecke Monika! CD! Und wie geht das Lied? Hä? Ich bin... Hä? Wie geht das noch? Weiß ich nicht. Ich bin Moni... Hä? Monika Häuschen! Monika Häuschen! Kennt ihr die? Ja! Zeig mal, welche ist das? Drehen wir mal um! Das ist die Nummer 10! Und hast du die schon? Nee! Puh! Puh! Ich weiß gar nicht mal, was das hier sein soll. Sag ich mal, geh mal her! Das! Warum schlafen Siebenschläfer so lang? Das ist ein Siebenschläfer. Oh! Ich find's toll, dass ich die hab. Aber auf jeder Zeitung ist hier hinten das Gleiche. Nur manchmal in hell und manchmal in Dunkeln. Nur hier hinten ist das Gleiche nicht vorne. Ja. Und gleich höre ich die mal! Ja, spätestens heute Abend sonst, ne? Mal gucken. Okay. Und was fehlt jetzt noch? Die anderen zwei! Schucki! Schucki, Schucki! Jetzt mach ich als erstes den Kleinen auf. Wie immer, ne? Nee! Ich hab sie schon gefunden. Ich glaub, das hast du von Papa. Unser Papa ist nämlich ein Sachensucher. Ja. Immer wenn ich was verleg, dann findet Papa das. Und ich glaub, Hanna hat das geerbt, das Gen. Mhm. Ist immer das Gleiche, oder? Mhm. Na ja, für geschenkt. Mhm. Jetzt der Große! Mhm. Na, schlafs jetzt auch so schnell? Ich zähl mal. Eins, zwei, drei... Vier. Dein Ernst? Also heute bin ich bis drei gekommen. Mal gucken... Erinnere mich mal, dass ich morgen auch mal mitzähle, wie lang du brauchst. Vier, eins... Was haben wir heute? Bären. Wieder ein Bären? Ein Eisbären diesmal. Beim letzten... Vorgestern war es ein brauner Bär, oder? Ja. Ach, du suchst immer, ob der hier mit auf dem Bild ist, ne? Mhm. Und? Mhm. Irgendwie nicht, oder? Mhm. Sind da auch noch Bilder drin? Zeig mal. Nee, aufklappen. Nix! Unsere Adventskalender-Videos kommen immer um 18 Uhr. Genau. Und immer ein Tag Zeit versetzt. Mhm. Ich glaub, das haben noch nicht... Also wenn ein zweites... Ja. Ist das erste Video offen, wenn der dritte ist, das zweite Video offen. Und wenn der dritte ist... Aber ich glaub, einige haben das immer noch nicht so ganz verstanden, dass wir immer einen Tag Zeit brauchen, um das Video hochzuladen. Ja. Weil es ja auch immer unterschiedlich ist. Am Wochenende macht Hannah die Türchen morgens auf und... Warte kurz. Warte kurz. Und unter der Woche kommt sie ja immer eher spät nach Hause, weil sie meistens noch was vorhat und Hausaufgaben machen muss. Und dann machen wir meistens erst gegen Abend das Türchen auf. Lu, schaust du etwa überall durch jetzt? Ja. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Ich wollte Spielzeugtestern. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020